willkommen zurück auf meinem kanal zu einem weiteren apex legends season 14 video in diesem video möchte ich euch den kompletten battle pass von vorne bis hinten zeigen jedes einzelne item tracker musik kommentare ich lasse es durchlaufen ohne kommentar ohne facecam für alle die die ein bisschen länger brauchen mit dem download und vielleicht die gelegenheit noch nicht hatten den kompletten battle pass sich in ruhe reinzuziehen viel spaß jetzt dabei ich bin im kunden ich bin in den kommentaren gespannt wie ihr den battle pass findet viel spaß in season 14 bis zum nächsten video hautereien tschau so Untertitelung des ZDF, 2020 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 You've just got that prey look I move a lot quicker than I look I move a lot quicker than I look like I move a lot quicker than I look like Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020